Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann Klingelingeling, kommen die alle Eier an die Eier ran Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land Sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann Klingelingeling, kommen die alle, alle an die Eier ran Das sind die allergitsten Koffer, die man jemals sah Unsere Eier, die sind die Klasse A Unsere Eier, die sind die Klasse A Jeden Morgen um halb fünf, manchmal auch noch früher Stehen wir auf auf unserem Hof und decken unsere Hühner Wir locken sie mit Kuck, 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 sodass sie uns verbrauen Dann picken sie die Körner und wir können die Eier klauen Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann Klingelingeling, kommen die alle, alle an die Eier ran Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land Sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann Klingelingeling, kommen die alle, alle an die Eier ran Das sind die allergitsten Koffer, die man jemals sah Unsere Eier, die sind die Klasse A Unsere Eier, die sind die Klasse A Unser Ei kommt garantiert von frohem Pädagy Nicht so schlappe Kugeln, nicht so schlappe Kugeln aus der Legebasserie Klingelingeling, kommen die alle, alle an die Eier ran Das sind die allergitsten Koffer, die man jemals sah Unsere Eier, die sind die Klasse A Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann Klingelingeling, kommen die alle, alle an die Eier ran Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land Sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann Klingelingeling, kommen die alle, alle an die Eier ran Das sind die allerbeste Karte, die man jemals sah, und drei Eier, die sind für die Karte A. Und drei Eier, die sind für die Karte A.